für ein kleines intro oder ein paar erste worte sind so viele leute wie man sieht dass wir draußen parken mussten wie gesagt erst der spieltag anfang märz ist ein bisschen kalt er ist kalt aber sonnig sagen wir kalt aber sonnig vorbereitung endlich fertig kurz vor mittagspause gefühlt aber wie man sieht kalt viele autos Amma? Digga, um die Ecke. Um die Ecke. Um die Ecke ist sie, ne? Hit! Ja, sie hat uns extrem zurückgepusht. Beziehungsweise sind sie ins Spiel reingestartet. Das war alles schon so. So gehe ich die mal. Ich hoffe, ihr habt es, wenn sie sieht. Wenn Sie nicht gehen. Ja, der war nicht schwer, haha, der war glück. Da vorne, der ist gut. Ja, der ist gut, ja. Ja, ich sehe, ich schruder. Na, den zählt wohl. Stehen ab. Ah, das war's. Außerhalb der Kalksander auf dem Weg links hinter einer der Barrikaden. Die sitzen gerade alle hinten im Wald drin, wenn man auf die Kalksander zulaufen würde. Mein letzter Schuss. Die Kalksander auf dem Weg links. 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 letztes krieg sander zum weiterhin gerichtet hier kann man richtig abfahren kommt so schnell her wie ihr könnt das war ein jünger jünger ja ich hab ihn getroffen Perfekt, da war ich davor, ich bin gerade im Treppengang, ich gehe jetzt hoch. Hier bist du, ich dachte du bist unten. Dann hol ich mir mal den linken an. Ich kann mal kurz hinschießen, dann ist er oben. Ja, 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 ja. Ich hab ihn. Ja doch, ich habe ihn. Okay, ich habe ihn gesnackt. Boah, war das ein kranker Schuss. Mittagspause ist fast vorbei jetzt. Kurz davor wieder rein zu starten. Das sind noch nicht alle Leute. Ja, Seitenwechsel. Jetzt nur noch Team Deathmatch. Ja, bei der Voren scheint irgendein anderer Modus. Das ist aber ein Mensch gecheckt. Ja. 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 Ja, halt. Ja, du hörst den Ball. Ja. Sehr gut. Was hat die denn? Was ist denn das Problem? Die sind da direkt links rum. Links, 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 durch die Tür. Deskonten Drei 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 Das ist eine gute Frage. Das ist ein Trümmer gerandet. Das ist ein Trümmer gerandet. Links, da. Du gehst durch. Was ist das? Unter der Hausrecke Ich bin bei den Heusstock in der Nähe des 3. Kalksanders Die sind gerade massenhaft in diesen Wald beim Teestück reingerannt Das ist massenhaft Einer sagt von mir, dass hier welche kommen sollen Vorsicht, Vorsicht unten Vorsicht noch einer und einer hinterm Schild Pass auf Niklas, von da auch noch Untertitelung des ZDF Untertitelung des ZDF